Kamu Suisse ist eine coole Vereinigung. Man lernt so viele Kunden in der Firma kennen. Man hat eine sehr intensive Partnerschaft und Kollegen Galschaft über die Jahre gemacht. Und aus dem Grund mache ich mit. Ich habe Kunden gefunden, ich habe eine Kommande gefunden, ich habe einen Firmenbetreuer gefunden. Also dieses Vernetzen, das ist das, was mich interessiert. Ja, es geht familiär zu und her. Wir lernen immer mehr Leute kennen. Das ist eine sehr gute Stimmung und das macht auch Spass beim Golf. Direkt zum Geistle Vielen Dank.